Pro-Weinmesse in Düsseldorf und alle, die mit Wein zu tun haben, aber leider nicht für den Durchschnittsverbraucher. Aber dafür sind wir ja da. Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise durch die Fachwelt und hoffen, dass wir Ihnen einen guten, adäquaten, präsentativen Durchschnitt bieten können. Viel Spaß dabei! Wir lieben Nanina! Ciao! Ciao!